Video? Ja. Läuft? Ja. Gut. Was hättest du denn gerne? Was zum Böller. Wir müssen hier mal ein bisschen büllen, weil die meisten Sachen hier oben, die haben wir schon gemacht. Das können wir mal machen. Das sind Zirkoblitze quasi. Ah ja. Stellst du so auf den Boden, zündest es an und entfernt es dich dann sehr rasch, okay? Okay. Stimmt. Und holst du dich auf sehr rasch. Und wir machen jetzt einfach aufs Schlag. Achso. Mach du doch. Nicht den. Ja, genau. Furricains, policial. Filmst du? Jo. Sehr schön. Freckling, ne? Boah. Schmeckt. Freckling. Was haben wir denn da noch so? Hier nochmal so ein Piraten. So zwei Piraten. Kannst du einfach mal so weghauen. Oh, die sind aber... Oh, die haben wir eben schon mal getestet. Wir waren nicht allzu doll. Nur weil ich drei Meter weit wegstehe, du. Oh. Naja. Na. Dann machen wir jetzt hier, gönnen wir den Jungs mal eine Salut-Rakete, ja? Boah. Ah, und dann können wir die auch direkt vergleichen mit von... Genau. Das erst mal. Hier ist noch ein ThunderCompower-Patch. Dann gönnen wir uns hier eine Salut-Rakete. Und das können wir auf jeden Fall auch mal schön aufmachen hier. Unter anderem mal wieder ein Geschenk von Andreas. Grüße gehen raus an Andreas. Ja. Jeder denkt sich so, wer ist Andreas? Ja. Mit dem haben wir mal geholfen. Der hat uns ein bisschen Feuerwerk geschenkt. Da drinnen wird gefögelt. Wunderbar. Dann haben wir auf jeden Fall noch eine Leslie Head-Sänger für den perfekten Vergleich. Und dann haben wir hier noch ThunderComp Max von Leslie. Und da müssen noch Whistling ThunderComp drin sein. Jawoll. Jawoll. Whistling ThunderComp. Ah, muss ich nicht. Drum. So, ähm... Boah. ThunderComp... Sind das nicht ThunderComp Max oder Whistling? ThunderComp Max. Schaffst du zwei? Dann machen wir vier Stück auf Schlag. Ich finde es. Am Ende muss es heißen, er hat sich genügend. Ich finde es. Stefan Mark. Stefan Mark. Dann machen wir jetzt vier Stück auf Schlag. Nichtig. Salut-Batterie für Arme. Genau. Furokreis Heidensberg würde ich ihn jetzt verleiten. Gut. Und los? Sehr gut. Wunderbar. Wissling ThunderComp. Wissling ThunderComp. Ich fahre das doch mal so. 2VU. Wissling ThunderComp. Perfekt. Wissling ThunderComp. Echter Klassiker. Auch an sich keine schlechten Bombenrohre hier. Habe ich früher nie so auf dem Firmgrad gewertet. Hier ist noch ein Knallfrosch. Nullfrosch. Ah, das ist früchte, schiff. Ja. Ja. Jawoll. Sehr schön. Jetzt dieser Luftraffet. Ui. Dann machen wir erstmal die Headbanger. Das hört doch nach. Wo kannst du sagen. Schöne BKS-Rakete. Punkt für Rot. Dauter, oder? Definitiv. Der Penner. Jawoll. Wie viele Minuten haben wir? Fünf. Dann machen wir hier mal so ein Funke A-Böller, den ich gerade gefunden habe. Da habe ich den Jungs gerade abgezogen. Auf jeden Fall. Dann machen wir hier mal so einen Deko-Kubi, weil die hier gerade so rumliegen. Richtig. Aldi. 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 Ja, der war richtig scheiße. Dann machen wir hier nochmal so einen Blackbox zum Vergleich. Weil der hier auch gerade so rumliegt. Gut gefangen praktisch. Die gibt es zu kaufen bei pyroweb.de. Ich habe sie nicht gekauft, aber ich habe mich dafür kaufen lassen. Also ist das auch ein Einkaufen. Richtig. Jawoll. Auf, fort. Wunderbar. Wow. Die müssen leer werden. Jawoll. Sehr schön. So und bitte die Bombenrohre umwerfen damit. Ja. Bowling. Bowling mit dem... Cool. Oh, habe ich verkatzt. Ah, so knapp. Noch ein Versuch. Ich weiß nicht, dass wir heute schon Kubis gezündet haben. Aber hier hast du morgen auch schon. Hallo? Ja. Eine Sicherheitslunte verbrannt. Eine gute alte Sicherheitslunte, ne? Du wirst du Bums, ey. Was haben wir denn noch nicht so gemacht? Dum-bum. Oh ja. Dum-bum. Mittel? Simply the best. Oder... Ach, Mann. Okay. Ach so. Ach nee, das ist die andere Schale. Ich wollte die... Nee, die können wir nicht machen jetzt. Da habe ich nur noch eine Packung. Nur Katzlar. Ach. Einzelne. Ah ja. Ach, Scheiße. Ah. Uraltfrösche. Bam P2. Wer ist denn jetzt da? Ah, keine Ahnung. Ist mir so egal. So. Uraltfrösche. Was macht er da? Er macht irgendwie das Vergleich. So. Ach, die sind gebunden. Gut erkennt man das ja noch. Dass die so zusammengebunden sind mit Kordeln. Das ist ein bisschen Afro stein. Ich guck grad mal, wie... Wie lang... Ah ja. Oh. Wie liegt es denn? Ja, okay. Ja. Wird schnell weg dann, ne? Ja. 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 Ist da er da? Aber ich glaube nicht schnell. Ich weiß nicht. Ne. Ne, ich glaube nicht. Oder guckt der einfach so zu. Ich glaube der guckt einfach nur weg. Oh. Weg. Ah, der kommt zurück. Ja, okay. Ja, ja. Alles gut. Kaboom! So, wir machen jetzt ein extra langer Teil. Weil diese Teile werden hier irgendwie so Vorfreude-Teile oder so. Find ich nicht. Wo ist denn das extra? Ja, ich bin da drin. Ach, ich bin da drin. Ach, ich bin da drin. Ich halte doch nicht. Ne, ne. Ist der erst, was hast du denn da drin? Ach so hoch? Ach ja... Natürlich. Stefan, mach Beine auf! Mach die Beine breit! Stefan, Hanni Badger kommt. Ja, ist okay. Ist akzeptiert worden. Ah, endlich. Kavim. Oha. Der Schnitt. Scheppert. Puh. Ja, ich würde sagen, dann war es das jetzt mal. Das ist jetzt schon der fünfte oder sechste Teil. Ich weiß es gar nicht. Das war es jetzt einfach.